Da ist die deutsche Welle schon weg. Das ist nur noch raus zu hören auf 60,75. Hmm. Es scheint es wohl doch jetzt schon gewesen zu sagen. Anstatt wie vorher vorgesehen eigentlich erst später normalerweise. Aber es ist wohl doch jetzt schon Schluss. Es kommen ja noch nicht mal mehr Nachrichten. Jetzt in Mitternacht.